Mein Name ist Nader Hüller, ich bin die AUP-Leitung hier in der SAHNER Klinik in München. Unsere Aufgabe ist es, das Aufbereiten der wiederaufbereitbaren Instrumente, alles was am OP-Tisch verwendet wurde und aufbereitbar ist, kommt in unsere Abteilung. Wir sind ein Team von 15 Mitarbeitern, davon sind alles Fachkunde 1-Fachkräfte und Fachkunde 2-Fachkräfte und wir sind ein hochkompetentes Team. Das Spannende und Tolle an dem Beruf ist, dass es sehr abwechslungsreich ist, jeden Tag neue Herausforderungen auf uns warten, die wir stemmen und gemeinsam meistern können. Meine Aufgabe ist es, das Team zu leiten, zu unterstützen, ihnen Fragen zu beraten, gelegentlich zu schulen und ihnen immer zur Seite zu stehen und den Rhythm zu stärken. Mein Name ist Caroline Rüder-Trenkack, ich bin die Bereichsleitung Südost und verantworte alle bayerischen Häuser der SAHNER Steril Good Service GmbH. Ich finde es toll, bei einem Arbeitgeber beschäftigt zu sein, wie die SAHNER Steril Good Service GmbH, die allen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden und dadurch auch bundesweit eingesetzt zu werden.